Wir feiern heute 20 Jahre Brückenkopfpark GmbH. Ein großes Fest. Viele, viele Gäste. 130 geladene Gäste. Viele Mitarbeiter sind dabei, denn das ist wirklich ein Grund zu feiern. Wir können stolz sein, dass wir so eine große Einrichtung haben. So ein touristisches Pfund, so eine tolle Einrichtung mit so vielen Angeboten. Da können wir stolz sein und ich bin stolz drauf.